hallo ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen bei meinem video wie angekündigt wollte ich euch jetzt mal zusammen das menü zeigen und mal durchgehend einige punkte die ich jetzt noch so im kopf habe fangen wir mal an also das menü wird aufgerufen hier mit der menü taste ist auch gleichzeitig die home und auch zurück taste wenn man nichts verstellen will navigiert wurde es im menü hoch runter und bestätigt mit play ja das war's schon mehr gibt es wirklich sehr einfach so man kann es sehr gut bedienen so ich fange jetzt mal an da schauen wir uns mal alles hier an so ihr seht schon es läuft es schlägt aus ich nehme auch jetzt noch nicht auf die testaufnahme folgen noch so ich drücke jetzt mal die menü taste oder kommt gleich erste punkt ordner ihr habt wenn ihr eine sd karte eingelegt habt habt ihr zehn ordner zur auswahl ich befinde mich gerade unten seht ihr das in ordner 1 also ihr könnt jetzt hier reingehen und da seht ihr das falls ihr eben halt mehrere aufnahmen habt zum beispiel aufnahme 1 ist also sich sound von natur und dann ordner 2 ist eben halt straßengeräusche oder so ein kram also könnt verschiedene sachen in verschiedenen ordner ablegen ich befinde mich gerade in ordner 1 so dann haben wir hier file da gehen wir mal drauf nur file weil habe nichts aufgenommen input da gehen wir mal drauf da seht ihr low cut das ist dieses störgeräusch reduzierung also diese rolle selbst eingreift das habe ich hier ausgeschaltet das lasse ich auch ausgeschaltet bei den testaufnahmen die ich dann noch mache also low cut filter ist aus dann das ist für leiste geräusche anheben das ist auch aus das monitoring habe ich ausgemacht weil ich habe kein kopfhörer wo ich das mich selber kontrollieren möchte ich gehe immer nur also oberflächlich ein paar punkte durch wenn jemand zu einem speziellen punkt fragen hat schreibt es in die kommentare das ist die ja das hat sich automatisch regelt mit der entwindlichkeit das habe ich ausgemacht ja power in das ist für mikrofone mit batterie also wie sagt man phantom oder 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 wie nennt sich denn das phantomspeisung aus an und nach genau ist halt aus das war es schon im menü input dann rekord dann rekordformat das seht ihr unten was ich eingestellt habe wave 48 kilohertz also 48000 hertz und 16 bit das lässt sich auch noch drin für die testaufnahme ich will es fair machen weil die meisten video kameras oder fotoapparate schaffen wir auch mal gar nicht mehr deswegen will ich das jetzt nicht höher drehen ja auto rekord da können der im halt bei einer bestimmten lautstärke da kann starten bei einer bestimmten minimumstärke geht es halt aus ich habe alles halt ausgelassen was war das nochmal das weiß ich gar nicht keine ahnung ich habe es halt ausgelassen das weiß ich jetzt nicht aus dem kopf dann pfeilnahme ja da können wir aussuchen also deaktiviert da ist dann zoom schirren da 001 für die autodatei oder im haltsdatum ich habe halt dass dann zoom da steht zoom 001 002 und so weiter ja play nk funktion das ist halt wenn ihr jetzt eure aufnahme anhört und sagt jetzt die stelle muss ich mir merken da will ich wieder hin springen dann könnt ihr dann pause drücken und dann können das dann markieren ja tools tool das ist nicht rockband ja der tuner da können kalibrieren ja hier steht alles dafür gitarre bass und die ganzen stelle mal sein der kalibrieren habe 440 herz 700 hat alles wenn ich das hier irgendwas ausblende und ihr seht es gar nicht wenn ich auf gitarre gehe da könnt ihr euch jetzt euer gitarre stimmen ja das metronom oh gott das habe ich richtig ausgesprochen da kann das auch stellen einstellen tempo sound und vier viertel takte ist das so richtig ich und irgendwas erklären aber ich versuche es kommt einigermaßen an so das system das ist die einstellung von den recorder also das display eigentlich mehr oder weniger da können hier das datum und ja die zeit einstellen dann die hintergrund beleuchtung ist und die könnte einstellen ich habe das jetzt nur für die aufnahme auf dauerhaft angelassen ich stelle es dann selber persönlich immer auf 30 sekunden das dann ausgeht ein kontrast das ist ja auf 8 ist die höchste stufe auch jetzt extra für die aufnahmen ich mache dann immer die hälfte runter also auf vier aber ist jetzt nur für die aufnahme der batterie typ alcani oder nickel cadmium gedöns könnt ihr euch aussuchen ich habe hier so ganz normal handelsübliche alcani drin software version system 1.20 bot 1.0 subsynth 1.0 keine ahnung ist halt so dann könnt ihr es auf die werksanstaltung zurücksetzen und das war es auch schon in system die sd karte könnt euch noch angucken dann wie viel hier noch platz habt und halt formatieren ist klar dann usb darauf gehen dann könnt ihr das auch schön ihr müsst die sd karte nicht dauernd rausnehmen wenn ihr etwas über vom computer übertragen wollt sondern es ist gleichzeitig ein kartenleser also nur usb kabel dran und auf geht's dann könnt ihr es natürlich noch als usb mikrofon benutzen das finde ich sehr schön da können die frequenz einstellen ich habe dann immer die 48 kilohertz dann können wir es connecten aber dann ein usb mikrofon ich also steckt wirklich alles eigentlich ab der handy recorder richtig klasse das war's wir sind durch mit dem menü da soll es auch eigentlich gewesen sein von den zoom menü ich hoffe euch hat das kleine video gefallen wenn ihr bestimmte ja wünsche habt oder fragen zu einem punkt des menüs oder noch mal genauer erläutert erläutert haben wollt dann wie gesagt schreibt das soll es auch gewesen sein ich bedanke mich wieder für das zusehen und bis demnächst wieder und tschüss und